Die WFAC AG mit Sitz im Schweizerischen Vellanden bietet seit 35 Jahren umfassende Leistungen im Bereich der CNC-Bearbeitung für anspruchsvolle Kunden auf nationaler und internationaler Ebene an. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen für die WFAC AG höchste technische Präzision, Zuverlässigkeit in der Fertigung und Dienstleistung sowie professionelle Auftragsabwicklung und Beratung. Für seinen Fortschritt setzt das Unternehmen auf neueste Technologien. Mein Name ist Nathanael Hediger, ich bin Geschäftsführer von der Firma WFAC. Die Firma WFAC ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Wir produzieren Bauteile für die Fluidtechnik. Hauptsächlich werden diese in der Hydraulik oder Pneumatik eingesetzt. Kundenzufriedenheit steht für uns an oberster Stelle. In den CNC-Maschinen durchlaufen die Bauteile verschiedene Bearbeitungsschritte. Für das Be- und Entladen musste früher ein Mitarbeiter den ganzen Tag davor stehen. Mein Name ist Nathanael Hediger und ich bin Geschäftsführer der Firma WFAC AG. Wir stellen zunehmend fest, dass sich die Lieferzeiten extrem verkürzen und die Losgrössen kleiner werden. Die Prozesssicherheit muss auch bei kleinen Losgrössen gewährleistet sein. WFAC suchte nach einer Möglichkeit, den Prozess platzsparend zu automatisieren. Auch das Thema Robotik kam dabei zur Sprache. Die grösste Herausforderung dabei, die gesuchte Lösung musste präzise genug sein, um eine Vielfalt von Bauteilen passgenau in die Maschine einzusetzen und wieder herauszunehmen, ohne sie dabei zu beschädigen. Mein Name ist Beni Zimmermann und ich bin Geschäftsführer der Kobo Solutions AG. Die Firma WFAC kam mit der Bitte auf uns zu, eine Lösung zu suchen, um ihre CNC-Drehmaschine zu automatisieren. Die Herausforderung lag vor allem in der Vielfalt der Werkstücke. Dies stellt enorme Anforderungen an den Greifbereich und die Flexibilität des Greifers. Die Applikation besteht aus einem 3FG-15-Greifer von OnRobot, der an einem kollaborativen Doosan-Roboter montiert ist. Der elektrische Dreifinger-Greifer zeichnet sich durch seine hohe Genauigkeit und durch seinen flexiblen Greifbereich aus. Cobot Solutions hat für uns die Applikation von Grund auf aufgebaut. Für uns war es besonders wichtig, die Umrisszeiten so kurz wie möglich zu halten und die Bedienung so einfach wie möglich. Aufgrund der Komplexität des Bauteiles kam am Schluss nur ein Greifer in Frage, den 3FG-15 von OnRobot. Der 3FG-15 ermöglicht die präzise Handhabung von Objekten unterschiedlicher Form und Grösse. Dazu lassen sich seine Finger in drei verschiedenen Positionen montieren. So lassen sich unterschiedliche Greifkräfte und Durchmesser erreichen. Durch die rotationssymmetrische Bewegung positioniert der Objekte sehr präzise. Damit ist er die ideale Lösung für die CNC-Maschinenbeschickung. Ich bin Jérôme Perdresa, ein Entwicklungsingenieur bei der Cobot Solutions AG. Wir erhielten von OnRobot zu Testzwecken einen Greifer. Mit diesem entwickelten und validierten wir unser Greifkonzept. Der Greifer verfügt über unterschiedliche Schnittstellen. Wir verwenden in unserer Roboterzelle eine serielle Kommunikation mit dem Greifer. So sind wir flexibel und es muss nichts manuell konfiguriert werden für ein neues Bauteil. Dies ermöglicht es dem Anwender, auch ohne Vorkenntnisse ein neues Teil einzurichten. Wir erhielten von OnRobot einen super Support und unsere Vorschläge und Anliegen wurden stets schnell aufgenommen und uns beantwortet. Ist die Applikation in Betrieb, kann sie Tag und Nacht laufen, um die Maschine bestmöglich auszulasten. So können mehr Werkstücke in kürzer Zeit verarbeitet und die Mitarbeiter entlastet werden, die sich wiederum auf andere Aufgaben konzentrieren können. Die von Cobot Solutions AG entwickelte Software bietet einen echten Mehrwert für den Einsatz der Roboterzelle, auch für die eingangs erwähnten kleinen Losgrössen. Mittels den Eingabemasken lässt sich ein neuer Auftrag in wenigen Minuten konfigurieren und automatisieren. Durch die Automatisierung können wir wesentlich effizienter arbeiten und unsere Mitarbeiter entlasten. Wir rechnen damit, dass wir die Investition innerhalb von wenigen Monaten amortisiert haben. Die Firma Wefak denkt bereits über die Zukunft nach und überlegt sich, mit dem 2F G7 noch einen zweiten OnRobot Greifer in den Produktionsprozessen einzusetzen. Bis zum nächsten Mal. ọn